Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Nein, zwei bitte! Und zwar alle beide für mich. Auf dem Knuffelchen stand. Ich brauchte dringend Alkohol. Entschuldige mal bitte, ich war vor dir an der Reihe! Das Mädchen, das mich empört von der Seite anfunkelte, hatte ich glatt übersehen. Während ich sie musterte, bekam sie feuerrote Wangen. Oh, du bist das Quinn, murmelte sie. Ich kannte sie ebenfalls. Sie war eins der Mädchen unserer streng katholischen Nachbarn, den grässlichen Martins oder den biblischen Plagen, wie mein Vater sie zu nennen pflegte. Die weiblichen Nachkommen der Martins sahen mit ihren Stupsnasen und den blonden Kringellöckchen alle gleich aus. Ich jedenfalls konnte sie nie auseinanderhalten. Ach nee, Luise, sagte ich auf gut Glück. Also dir hätte ich am allerwenigsten zugetraut, ein Party-Crasher zu sein. An den Barkeeper gewandt, fügte ich hinzu. Sie können ruhig schon mal anfangen mit meinen Gin-Tonics. Dieser Posaunen-Engel hier hat nämlich gar keine Einladung. Der Barkeeper grinste und Luises Wangen wurden noch ein bisschen röter. Offiziell hatte Lasse 50 Gäste zu seinem 18. Geburtstag eingeladen. Inoffiziell waren es mindestens doppelt so viele. Die Getränke hätten höchstens bis 10 Uhr gereicht. Zu Lasses Glück hatten seine Großeltern diese mobile Cocktailbar zur Party beigesteuert, die am frühen Abend als Überraschungsgeschenk geliefert worden war. Samt Barkeeper. Erstens bin ich nicht Luise, sondern Mathilda. Und zweitens sind Juli und ich sehr wohl eingeladen. Von Lasse persönlich, sagte Luise. Beziehungsweise Mathilda, wie ich ja nun wusste. Ihre Stimme zitterte ein wenig, vermutlich vor Wut. Ich hätte gern einen Kaipirinha. Bitte. Sie versuchte, den Barkeeper anzulächeln, aber das Lächeln fiel ziemlich grimmig aus. Meine Laune hingegen hob sich etwas. In meiner Familie war die grässlichen Martinsärgern seit Jahren eine Art sportlicher Wettbewerb, bei dem sogar meine harmoniesüchtige Mutter manchmal mitmachte. Erst die Party crashen und jetzt auch noch Alkohol. Ich schüttelte bekümmert den Kopf. Da machst du den lieben Gott aber heute sehr traurig, Luise. Ich bin Mathilda, du blödes, arrogantes. Sie presste ihre Lippen aufeinander. Der Barkeeper hatte mit dem Mixen der Drinks begonnen. Ich hatte allerdings den Eindruck, er höre uns interessiert zu, während er Limettenstücke und Eiswürfel in die Gläser füllte. Oh, oh, und? Beschimpfungen? Jemand hatte die Musik lauter gedreht, doch ich konnte deutlich sehen, dass sie mich verstehen konnte, denn die Flügel der typischen Martin-Stups-Nase blähten sich vor Wut. Blödes, arrogantes, was denn? Hast du Angst, du wirst mit ewiger Verdammnis gestraft, wenn du weitersprichst? Sie starrte mich bitterböse an. Ihr Blick wanderte von meinem Gesicht abwärts, bis er schließlich an meinem Handgelenk hängen blieb. Blödes, arrogantes Knuffelchen, sagte sie dann mit unverkennbarer Schadenfreude in der Stimme. Punkt für sie. Schlagartig erinnerte ich mich wieder, warum ich hergekommen war. Genau genommen bin ich Schnuffelhase, korrigierte ich. Das stand jedenfalls auf dem Armband, das nun um Lillys Handgelenk geknotet war. Und sie sagte es ständig zu mir. Einer der Gründe, warum ich heute Abend Schluss machen wollte. Was ich aber jetzt nicht mehr konnte, jedenfalls nicht nüchtern und nicht ohne mich wie ein supermieses Arschloch zu fühlen. Denn, Überraschung, es hatte sich herausgestellt, dass Knuffelchen und Schnuffelhase heute seit 75 Tagen zusammen waren, offenbar ein Anlass, selbstgebastelte Armbänder zu überreichen und zu versichern, dass man noch nie, nie im Leben so glücklich gewesen sei. Der Barkeeper schob uns unsere Drinks hin und ich lächelte ihn entschuldigend an, bevor ich meinen ersten Gin Tonic hinunterkippte wie ein Glas Wasser. Ich meine, Knuffelchen? Ernsthaft? Sollte ich das jemals gesagt haben, hätte ich dieses Armband sowie weitere 75 Tage mit Lilly absolut verdient. Zur Strafe. Warum hatte ich auch auf meine Eltern gehört und nicht vor der Party kurz und schmerzlos per Handy Schluss gemacht? Dann wäre es erst gar nicht zur Übergabe des Armbands gekommen. Dass ich überhaupt so dämlich gewesen war, meine Eltern über meine Pläne zu informieren, lag daran, dass Lilly ihnen während der vergangenen zweieinhalb Monate noch mehr ans Herz gewachsen war als meine Freundinnen davor. Meine Mutter fand es grundsätzlich wunderbar, wenn ein Mädchen im Haus war. Für sie waren alle meine Freundinnen zauberhaft und entzückend. Bei meinem Vater ging die Liebe mehr durch den Magen. Ladies Eltern besaßen nämlich zwei Feinkostfilialen in der Stadt und Lilly brachte oft etwas mit, wenn sie mich besuchte. Heißt das nie wieder gratis Carpaccio Cipriani und Steinpilz Risotto-Freihaus? hatte mein Vater entsetzt ausgerufen, als er begriff, was ich vorhatte. Auf nimmer Wiedersehen Zimt-Macarons und Zitronen-Sorbet-Pralinés? So ein wunderbares Mädchen wirst du nie wieder finden, Quinn. Natürlich wird er das, Albert. Meine Mutter schaute ihn streng an. Und vielleicht haben deren Eltern ja ein Fitnessstudio, in dem du dann deinen Schmarotzerbauch wieder abtrainieren kannst. Während mein Vater beschämt auf seinen Schmarotzerbauch blickte, wandte sie sich an mich und lächelte nachsichtig. Du machst das schon richtig, Schatz. Folge deinem Herzen. Aber per Handy Schluss zu machen, das gehört sich einfach nicht. So etwas muss man persönlich tun. Absolut, bestätigte mein Vater. Sonst hassen sie einen für immer. Und man muss ihnen dabei mutig in die Augen schauen. Und jetzt musste ich genau das tun. Allein schon, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Ich stellte das leere Glas ab. Vielleicht wäre es klug, wenn nicht nur ich, sondern auch Lilly bei meinem zweiten Versuch ein wenig Alkohol-Intus hatte. Also griff ich mit der einen Hand nach meinem zweiten Gentonic und schnappte mir mit der anderen den Caipirinha, den das Martin-Mädchen praktischerweise noch nicht angerührt hatte, weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen war, mich mit weit aufgerissenen Augen anzustarren. Den nehme ich lieber mit, Luise, sagte ich, während sie empört nach Luft schnappte. Du weißt ja, keine harten Drinks an Minderjährige. Ohne ihre Antwort abzuwarten, begann ich mir einen Weg durch die Menge zurück ins Wohnzimmer zu bahnen, die Gläser möglichst vorsichtig erhoben. Ich heiße Mathilda, du eingebildeter Schnuffelhase, rief sie mir nach. Und du bist selber noch keine 18. Dann bete für mich, damit ich nicht in die Hölle komme, rief ich lachend über meine Schulter. Wenn es dafür mal nicht zu spät ist, sagte jemand ironisch, und ich blieb überrascht stehen. Die meisten Partygäste kannte ich von der Schule oder vom Parcours, aber das Mädchen, das direkt vor mir stand, hatte ich noch nie gesehen. Wenn doch, wäre sie mir garantiert in Erinnerung geblieben. Sie hatte leuchtend blau gefärbte kurze Haare, einen kleinen silbernen Ring im Nasenflügel, einen weiteren in der Augenbraue, trug knallenge schwarze Jeans und ein tief ausgeschnittenes schwarzes Oberteil zu robusten halbhohen Schnürstiefeln. Ihre Augen waren mit jeder Menge schwarzer Schminke umrandet. Fehlte eigentlich nur noch ein auf dem Kopf stehendes Kreuz als Kettenanhänger um ihren Hals oder ein 666-Tattoo, dann wäre das Klischee perfekt erfüllt gewesen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, war sie ziemlich attraktiv. Ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich, vielleicht schon Anfang 20, was aber am vielen Make-up liegen konnte oder an ihrer selbstbewussten Haltung. Als sie ihren Mund zu einem kurzen Lächeln verzog, zeigte sich ein drittes Piercing am Lippenbändchen mit einem blau glitzernden Stein. Dann wurde ihre Miene wieder ernst und ihr Tonfall fast feierlich. Gut, dass ich dich gefunden habe, Quinn, Jonathan, Juri, Alexander von Ahrensburg. Okay, sagte ich gedehnt. Woher kannte sie meinen vollen Namen? Der war ja selbst mir nicht geläufig. Die Tatsache, dass meine Mutter es mit der Anzahl der Vornamen so übertrieben hatte, war mir immer ein bisschen peinlich gewesen, weshalb ich sie auch nie an die große Glocke gehängt hatte. Quinn, Jonathan, Juri, Alexander von Ahrensburg klang, so langsam und salbungsvoll ausgesprochen, fast schon bedrohlich, wie der Beginn einer Zauberformel. Wir müssen uns unterhalten. Dummerweise habe ich gar keine Zeit, erklärte ich. Ich muss nämlich diese Drinks hier zu meiner künftigen Ex-Freundin bringen und du scheinst ein bisschen durchgeknallt zu sein. Leider. Andererseits, ich war neugierig. Kennen wir uns denn? Mein Name ist Kim. Wieder ein Lächeln, bevor sie ernst wurde. Was ich dir über dich erzählen werde, wird sich vermutlich erst mal verrückt anhören. Wir wissen auch erst seit kurzem, dass du existierst. Aha. Nicht nur ein bisschen durchgeknallt, sondern total, korrigierte ich mich stumm, aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, sie einfach stehen zu lassen. Sie war wirklich sehr hübsch.